Irgendwo war doch hier... Mal gucken, ob wir noch ein Schema haben. Nope. Ja, das zum Beispiel, ne? Plasma Cutter Upgrade. Patronen Rack. Bringe dieses Teil zur Werkbank, um den Upgrade Pfarr zu ergänzen und ein spezielles Update zu erhalten. Achso, warte mal, halt! 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 Ich muss noch was verkaufen! Ich muss noch was verkaufen! Haben sie einen Produktiv-Tag und lassen sie sich nicht töten. 14.500. Cretins wollte ich schon sagen. Credits. Cretins ist aber auch nicht schlecht. Hier war doch irgendwo noch ne Werkbank. Überbrückung. Es war eigentlich immer ganz gerne ne Werkbank, direkt bei der Monorail. Aber nö. Können wir speichern nochmal. Da wir generell zu wenig speichern, müssen wir mehr speichern. Irgendwo sind wir an der Werkbank vorbeigelatscht. Vielleicht hier nochmal ganz kurz gucken. Was ist das hier eigentlich? Scan Rig to unlock Workstation. Okay. Jetztảm ich an, was ich an der Elf. • 0.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000 An mintes. Ich mache es nur ein bisschen mehr so. Ich mache es auch ein bisschen mehr so. Ich mache es nur ein. Sex ist es nur ein. Einem Bord. Ich mache es nur ein. Schaum. Ich mache es nur ein. Nachbar ist nur ein. Dost. Ich mache es nur. Aber. Du bist so. Anwär. Aber hier war auch eine Einsat-Tür. Habt ihr gesehen? Ah, hier ist nämlich eine Einsat-Tür, wo wir jetzt reinkommen. Freigabe bestätigt. Gerade noch verhindert, dass eine Knirsch noch mal reanimiert wird. Hier wird nicht reanimiert, wenn ich das nicht sage. Sehr schick. Na siehst du, kriegen wir doch mal ein bisschen Stuff, das ist doch nett. Da war hier noch irgendwo eine Einsat-Tür. Eine Einsat-Tür. Ne, da geht es nicht zum Aufzug. Aber wir hätten ihn sowieso längst gemusst. Okay, alles klar. Ja gut. Ja gut. Hier ist eine Werkbank, siehste. Ah ja, aber irgendwo hatte ich eine Werkbank gesehen. Irgendwo sind wir dann vorbeigelatscht. So, Plasma-Kater-Upgrade-Diagramm erweitert und eine neue Spezialfähigkeit ist jetzt verfügbar. Ein zusätzlicher Energieknoten wurde geborgen. Okay. Ist das dieses Spezial? Deutlich erhöht. Ah. Ah. Okay. Vier Stück. Dann müsste ich die ja alle aufwerten. Dann müsste ich vier Energieknoten verbraten. Das finde ich aber ein bisschen happig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, ich würde eher lieber hier investieren. Also entweder investieren wir richtig in den Plasma-Kater, weil da waren ja vier... Na hier, eins, zwei, drei, vier. Ja komm, YOLO. Was soll's. Was? Das sind keine Energieknoten mehr verfügbar. Ich denke, wir können da ran. Upgrade. Zurücksetzen. Wenn wir nur in Taschen, keine Energieknoten verfügbar. Ach nee. Okay. Nein, nein. Gut. Gut. Ich verstehe. Dann verstehe ich's. Wir haben gar nicht... Wir dachten... Ich hatte gedacht, dass man das freischaltet. Aber man setzt nur diesen Punkt extra rein. Ich brauche aber dafür trotzdem Energieknoten. Ja, okay. Ja gut. Aber gut, ist egal. Plasma-Kater ist ja trotzdem in Ordnung. So. Noch schön lecker Kratzer auf dem Boden. Ich dachte, hier werden da was zum Sammeln, weil das hier so blinkt. Zitat. wir haben aber schon reingeguckt oder ist hier noch irgendwo ein 1er raum hier ist ein 1er raum aber da sind wir glaube ich schon da sind wir glaube ich durch da sind wir glaube ich durch wei Oh nein, nie, okay? Was ist das? Das ist ja jetzt aufzeichnend abgerufen. Das kennen wir doch irgendwoher. Das kennen wir doch irgendwoher. Haben wir schon mal gesehen, wa? So, da hatten wir auch alles eingesammelt, da ist auch nichts dazu gekommen, ne? Rein zufällig so, ein bisschen. Effekte sind geil. Ja gut, man muss aber eben halt auch dazu wissen, dass es natürlich auch erst seit dem jetzigen Teil so ist, ne? Also der, wenn man da mal so den ersten Teil zu vergleicht, dann ist er schon heavy. Was sich alles gernet hat. Erstmal weg. Ist auch nichts dem Verdammter integriert in die Aufstehung. Huish! Na, du findest den besten Soldaten? ein defekter Lastenaufzug ist. Ich öffne sie jetzt. Schwerelosigkeit aktiviert. Du brauchst eine Schubdüsen, um das hinzukommen. Um Aufzugsschacht müsstest du direkt in den Maschinenraum gelangen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, holen wir jetzt gleich mal ein bisschen Sauerstoff. So, holen wir jetzt mal ein bisschen Sauerstoff. So, wo geht's rein? Ich bin nicht hier richtig, hier bin ich richtig. Ich bin nicht hier. So, wie geht's rein? So, wie geht's rein? So, wie geht's rein? Ja, ja. Ja, ja. Wir gehen ja rein. Wir gehen ja rein, Isaac. Alles gut. Alles neu. Level 1. Der braucht doch gleich mal Nein. Schön liegen bleiben. Okay. 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 Das ist ein Aufzug. Okay. 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 Da ist zu, da ist sowieso zu. Wir sind auf jeden Fall richtig. Und du bist hier verkehrt. Haben wir hier eigentlich eine Werkbank oder sowas? Ne, ne? Ich bin Chef-Ingenieur Jacob Temple. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Boss weg ist. Seit der Käpt'n Tod ist, gerät hier alles durcheinander. Wir sind alle mit den Nerven am Ende. Wir dachten, die Aufstände wären schlimm. Bis diese Finger durch die Lüftungsschächte kamen. Ihre Gesichter. Scheiße, das waren meine Tischnachbarn. Freunde von Licht, alte Bekannte. Und dann waren auch einmal die Triebwerke kaputt. Der Primäreintrieb macht Probleme und wir verlieren Treibstoff. Und ich habe keine Ahnung warum. Danbas und ich gehen zum Treibstoffdepot, um das zu reparieren. Wir müssen das Team zusammenhalten, sonst geben sie auf. Tempel Ende. Okay. Ich sehe dich im Kontrollraum. Wie sehen die Triebwerke aus? Das ergibt keinen Sinn. Der Treibstoff ist leer, die Zentrifuge ist offline. Wir hängen an vier Billionen Tonnen Nutzlast. Ohne die Triebwerke zieht sie uns auf den Planeten hinunter. Schaffst du das auch allein? Sicher, er ist die Zentrifuge. Haben wir eine andere Wahl? Dann der Treibstoff, dann ein kompletter Neustart. Du musst aber unsere Umlaufbahn stabilisieren. Ich bin bereit. Na los, beeil dich, Isaac. Ha! Beeil dich, weil es ist auch der, der nicht gegen die Viecher kämpfen muss. So, betanke die Antriebe, betanke die Antriebe nördlich, südlich und tu Dinge. Okay, alles klar. Dann tun wir Dinge. Wo, wo sollen wir denn langen? Da lang, okay. Fangen wir hier an. Dass der zweite auch gleichzeitig der beste Teil der Serie ist. Naja, nicht immer sehr oft. Ja. Aber ich kann das wirklich sagen. Also der erste Teil, der ist wirklich schon sehr, sehr gut. Aber der zweite ist eben noch eine Ecke besser. Zumindest wenn man die alten Teile miteinander vergleicht. Das wäre jetzt natürlich vermessen, jetzt diesen ersten Teil mit dem alten zweiten Teil zu vergleichen. Oh, wir kriegen eine neue Waffe. Und das ist, finde ich, so krass, ne? Normalerweise, wie ich ja schon sagte, im ersten Teil war es so, war es so, da hast du diese Waffen nur gekriegt, wenn du das Schema dazu gefunden hast und die dann letztendlich auch im Shop gekauft hast. Das ist jetzt aber hier komplett anders. Hier kriegst du die Waffen wirklich geschenkt. Was ich auf der einen Seite nice finde. Also die haben da auch eben halt auch das Spielprinzip so ein bisschen geändert. Oder das mit den Energieknoten finde ich auch ganz nice, dass man die eben halt jetzt nicht mehr an irgendwelchen Türen verschwenden muss, sondern dass man die einfach irgendwo findet, dass sie halt über eine Sicherheitsfreigabe geblockt sind, sage ich mal. Und dass man eben anhand dieser, dieser Schaltzentralen, die Türen oder eben halt die Lichter auswitzendweise einschalten kann. Das finde ich schon echt nice gemacht. Das finde ich schon, finde ich schon echt cool, muss ich sagen. Das finde ich schon echt, echt cool. So, dich werden wir mal ausrüsten und zwar nach rechts. Oder auch nicht. Waffe bewegen. Ja, haben wir doch. Hat er gemacht? Ja. Vielleicht haben sie das auch gemacht, weil eben vorher musstest du die Waffe mit Geld kaufen. Das haben sich vielleicht auch viele Leute gespart, weil sie einfach keinen Bock hatten, so viel Geld auszugeben. Und dann haben sie dann lieber in die Energieknot investiert, um dann die Waffen besser zu upgraden, die sie halt hatten. Weil du kannst ja sowieso nicht mehr als vier Waffen mitnehmen. Also nimmst du die vier Waffen mit, mit denen du am besten klarkommst und baust die anderen gar nicht erst, sparst dir das Geld oder verkaufst sie wieder. Kann natürlich auch sein, dass sie es deswegen gemacht haben. Ich kenne alle Teile nur als LP. Bis jetzt hatte ich nicht den Rechner dafür. Und dann vergessen. Ja gut. Naja gut, aber besser spielt als nie. Das ist schon... Na, Minion. Stehst du nochmal auf oder lässt es bleiben? Ne, okay, ist tot. Lässt aber auch nichts fallen, du. Muss ja trotzdem, auch wenn wir hier noch nicht längs sollen. Guck trotzdem mal. Guck mal, hier ist nämlich noch eine Werkbank. Oh, ne Yolo. Was ist das hier? Masse Überbrückung erforderlich. Was ist denn das überhaupt hier für ein Laden? Kalibrierung ist... Oh, wir gehen da trotzdem mal rein. Interessiert mich jetzt einfach mal. Oh, nicht. Er kommt gleich da raus. Das hat ich aber gelesen. Dass man von Nicole ein bisschen mehr sieht. Dass sie ein bisschen... Dass sie ein bisschen... Mehr zur Geltung kommt im Spiel. Da hängen ja noch Arme raus, sehe ich jetzt gerade. Du unten da. Ich bin der Brust des Gallenflüssigkeit, die auch in anderen Proben vorkommt. Ich sah, wie die Flüssigkeit auf tote oder bioprothetische Zellen reagiert. Das tote Gewebe wird absorbiert, wieder zusammengefügt und reanimiert. Die Flüssigkeit teilt genetische Marker mit der menschlichen DNA, ebenso wie der Wuchs an den Wänden. Es hängt alles mit dem Marker von LG 7 zusammen, aber... Wie? Dr. Kine hat den Marker erforscht. Aber er ist verschwunden. Vielleicht ist er bei den Überlebenden auf dem Abbaudeck. Sie können in Frieden wohnen, Daniel. Das verspreche ich. Lockbein. Wenn wir dann nicht auf diese Art und Weise auch mal Nebenmissionen freischalten. Das ist natürlich dann interessant. Ob wir auch tatsächlich alles gefunden haben im Nachhinein. Normalerweise wären wir hier ja gar nicht hingegangen. Haben wir eigentlich einen... Haben wir nicht, okay. Ich hoffe, nix sorgt. Ah, ist das hier jetzt Freigabe 2? Oh, nein. Oh, nein. Ist das hier? Na, nein. Ah, nein. Oh, nein. Ja, nein. Ah, nein. Ich glaube, nix sorgt. Ich glaube, nix sorgt. Ich finde... Oh, nein. Oh, nein. Achtung! Treibstoffreserven sind erschöpft. Haupttriebwerke sind offline. Was ist das? Wir haben schon ganz schön viele Krill jetzt. Die müssen wir irgendwann nochmal ausgeben. Gucken, ob wir dafür einen Knoten kaufen oder Munition. Ich weiß nicht. Das war's. Das war's. Da mussten wir alle auf einmal. Schüsselkarte für Tankstützen. Achso. Und hier, weil wir diese O2-Dinger... Fortschrittsbericht Jacob Tempel. Die Triebwerksprobleme sind keine Fehlfunktion. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Haupttriebwerk gekannt und die Ventile beschädigt. Wir haben gerade eine Stunde damit verschwendet, sie zu reparieren. Wir müssen die südliche Betankungsstation in Betrieb nehmen, aber irgendein Trottel hat den Strom abgestellt und den Schutzschalter blockiert. Keine Triebwerke, wir stürzen weiter auf den Planeten. Was jetzt? Hier muss doch jemand sein, der eine Ersatzkarte hat. Sie nachob... War der Hössel das? Denn was los? Moin! Na, die schreddere ich gleich mal. Gucken, wenn ich mal die Waffe hier ausprobieren... Moin! Okay. Okay. Zum Schreddern ist die SG ganz nett. Okay. Schüsselkarte für Tankstation. So, dann speichern wir noch mal. So, dann speichern wir noch mal. Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich im Computerkern verbarrikadiert. Ich kann Sie hören, aber noch haben Sie mich nicht bemerkt. Isaac, ich habe deinen Rick getrackt. Du bist der Maschinenraum, ja? Ich werde mir Adminrechte besorgen. Vielleicht kann ich helfen. Machen Sie das. Ich habe mich nicht bemerkt. Der Tank ist südlich. Ich muss erst mal zur Tankstation, oder nicht? Warum soll ich denn hier erst? Wir haben gerade die Tankkarte gefunden, also... ...I? Da müssen wir doch erst mal rein. Aber verfolgst du mich? Sicherheitskarte. Sicherheitskarte ist erst mal. Freigabe bestätigt. So. Was sollen wir denn? Schutzschalter. Südliche Betankungsstation. Lichter aus. Lebenserhaltung ausschalten. Zora, grüß dich. Lichter aus. Ja, Lichter aus. Oder Lebenserhaltungssysteme. Lebenserhaltungssysteme. Es muss auch nicht unbedingt schlau sein, wenn wir das machen. Oder Lichter aus. Aber ich weiß nicht, ob wir das O2 brauchen, eventuell. Ich habe nämlich die Befürchtung... Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir das tun werden müssen. Aus. Tantsequenz aktiviert. Zusätzlicher Treibstoff für den Neustart der Triebwerke erforderlich. So. Jetzt können wir das Licht ja eigentlich wieder anmachen. Für die nördliche Tankstation gibt es dann wahrscheinlich wieder einen anderen Tankraum. Oh, hey. Gehen die noch mal mehr? Au. Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. Das habe ich wahrscheinlich auch so gewollt. Das ist noch ein Herbert. Au. Alter. Die sind echt mies, die Heinis. Die kriegst du nicht mal eben... Die kriegst du nicht mal eben gehindert, sich einen abzuspucken. Ich will überlegen, ob wir hier gleich wieder die Lichter einschalten. Weil das war ja, glaube ich, nur... Ist gesperrt. Hm. Ne. Ah, okay. Ah. Okay. Das könnten wir hin und her switchen. Aber das können wir nicht mal ausschalten. Ja gut, macht Sinn, weil wir betanken ja gerade. Also kannst du dich entscheiden, ob du das Ganze dann halt unter O2-Mangel machst oder ohne Licht. Das ist... Finde ich geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, finde ich aber gut. So. Ah, so viel Munition haben wir insgesamt nicht mehr. Ich muss gleich mal ein bisschen kaufen. Hat mir die schon geknuddelt? Ne. Deswegen sind die, denke ich, auch da. Ich habe mich schon gefragt, warum sind hier O2-Sauerstoff-Stationen? Das machen sie ja... Bauen sie eigentlich nur dahin, wo du auch dann theoretisch keinen Sauerstoff hast. Also, ja, okay. Na, gut. Wenn man das dann das nächste Mal weiß, kann man vielleicht mehr unter... Unter Zeitdruck aber dann vielleicht ohne Sauerstoff denn arbeiten. Ja? Sonst kann man mal... Ah, gucken. Beim nächsten Mal vielleicht. Ähm... Und da sind wir auch O2-Tanks.